Herzlich willkommen in die neue WBS News, die Aquila ist bei uns eingetroffen in der DevBlog News und natürlich, ja, packe ich auch, ich vergesse in einer anderen Video, packe ich auch den Link dazu ein. Geschichtliche Küstchen könnt ihr euch ganz in Ruhe oder einmal die euch die Seiten normalen Gruppen selber angucken. So, das ist, kann man sagen, der erste äthnischen Flugzeugträger, juhu. Wir gucken uns mal ganz danach mal das Schiff mal an. Das ist schon mal die Stats schon mal. Das Schiff hat 51.100 Leben, das ist sozusagen für T8, ja, das schwankt immer so, boah. 19 Millimeter Deckspanzung ist eigentlich, boah, kommt davon wo? Secondary, 100, 8 mal 1, 135 Millimeter Kanone, 6, 6 Kilometer. Flughafter, typisch japanisch, typisch japanisch, typisch dänisch. Ja, wir sind die drauf und sind die weiter eingehen. So, wir haben, wir gucken ja, was das Schiff unter den, unter den PS-Werten hat. 30 Kronen, ja, kannst du sagen, ja, ganz normale Geschwindigkeit für Flugzeugträger. Bei Flugzeugträger bei T8 schwankt das immer, immer ein bisschen, immer. Also der schnellste Flugzeugträger ist immer noch die Löwenhardt. Also das ist ein sechster Flugzeugträger. Also das ist immer noch der schnellste Flugzeugträger auf Stufe 6. Also der, selbst, selbst, er kann von 8er-Dreher, kann da einfach abhauen. Das ist, das ist Wahnsinn. So, wir haben ein komplettes Schiffsträger von 59 Metern. Unterstellt hat von 13 Sekunden und die 1 Sekunde runne ich ein bisschen auf. So, wir haben 14 Kilometer, runne ich auch ein bisschen auf. Weil sie diese 1%, ja. Also, wenn wir wollen, können wir auch noch die Tarnungsmeister, also mal Tarnung, reinklatschen, von der Tarnungsmeister, ne, ich glaube, es ist halt das Modul, Tarnungsmeister, kann man mit dem Flugzeug gar nicht mehr skillen. Oder? Ne. Muss ich eigentlich wissen, aber ich hab die letzten, na egal. So, wir haben einen Auftragsrechte von 11 Kilometern, das ist eigentlich ganz gut für die Saar. Also wie gesagt, der Flugzeugträger schwankt bei jenen, kurz die mal bei ihnen eigentlich ein bisschen. Wir haben hier eine dämliche Rollparty, je und je, ja. Jetzt kommt das Besonderheit, Flugzeuge. Was hat das Ding unter den Flugzeugträger? Nie bei, bei Bad San Diego. Gibt's auch bei den äthinäischen Damen und so bei, bei also, da gibt's auch an die äthinischen Flugzeugträger. Und das ist ja die, die kleine nette Dame. Tue ich auch mal, immer unten, auch mal. So, das Ding hat hier, ähm, wir haben hier Flugzeuge, haben wir, wir haben hier, ähm, Schlagflugzeuge. Wir haben, die haben tausend, äh, tausend, tausend dreißig Leben. Spiel von 192. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer mit Klo, warum ich nicht mit Kamar, äh, angehe, dann. Ah, naja. So, wir haben einen, äh, Angriffsflug haben wir von 5. Also, wo wir haben, haben wir 5. Squad haben wir 10. Achso, Angriff vorab, okay. Also, 5 gegen Angriff und 10 haben wir eine Staffel. Ich hab's gerade falsch rum, äh, gerade, äh, gedeutet. So, das heißt, wir können zweimal anfliegen. Das ist schon mal ganz gut. So. Wir haben eine, Wiederherstellung von einer Klapp-Minute, Reihe, wir haben kurz, sieben von 10 Kilometer. Anzahl und den Deck haben wir 24. Und 12, Max maler Rocky. Äh. Hi oder Ab, äh. Ich sehe das gar nicht. Hier wird hier 12, 12 Max maler Raketen. Damage von, äh, Damage von 1150. Äh. Ich glaube, die meinen, glaube, H-E. Raketen. Weil hier steht noch nicht mehr A-P oder H-E. Also, A-P wäre, wenn es hier, wenn es hier, wenn es hier wäre, da scheint viel höher. Ich glaube, die, ich glaube, das ist hier H-E-Raketen. Ich glaube, das haben sie anstatt hier vergessen, hier einzufügen. Also, oder ist das A-P-Raketen? Warte mal, also. Geschick, geschichtlich ist es, steht auch so. Also, wie gesagt, hier ist das fraglich, ist das hier A-P oder H-E-Raketen? Also, ich glaube, wenn H-E-Raketen wäre, wenn hier Brandwichtigkeit draufstehen. Aber es können, oder die haben es einfach vergessen, hier einzufüllen. Das glaube ich nicht. Weil sonst würde ich hier auch, oder wenn A-P-Damage hier steht, hier steht hier gar nichts. Okay, hier ist ein Fragezeichen, was sind das Raketen sind? H-E oder A-P? Das ist ein Fragezeichen. Ich glaube, das haben sie gekriegt. Wie gesagt, es gibt bei beiden Übersetzungen, es kommt um zu mal ein Fehler vor. Ich glaube, es könnte H-E-Raketen oder A-P, ein, zwei Beine, aber ich glaube, das sind eher H-E-Raketen. A-P wird jetzt hier draufstehen, aber der H-E wird hier Brandwichtigkeit hier draufstehen. Ich glaube, das wurde hier was vergessen. Naja, wir haben hier Torpedobomber an Bord. Wir haben 1150 Leben. Wir haben Raketen als Damage und plötzlich haben wir als Damage als Leben ein paar Torpedobomber. Ja. So, Speed von 117 Kloten. Angriffsstaffel 2, Squirt 8, okay, das heißt, wir können ein paar Mal anfliegen, das ist schon mal ganz gut. Wiederherstellung sind wir bei 17 Sekunden. Aufsichtsreichweite sind wir bei 10 Kilometer. Unter der Deck haben wir 26. Torpede auf Obwurf haben wir nur 1, nur. Okay. Damage von 8.363. Äh, 7, 5, ja. Okay, Speed von 30, boah. Und eine Reichweite von 3,5 Scharfschalke. Uh, Scharfschalke ist auch dabei. 403 Metern. Oh. Okay, hier muss man es vergleichen. Äh, ist das, ich glaube, das ist viel. 400 Meter ist, glaube ich, viel. Also, wie gesagt, bei den, bei den Fuchsbeträgern, bei den Skills und Co. kann man alles ja reduzieren. Ich, bei die, bei den, ähm, also muss ich gerade mal gucken, bei den Russen mal. Also, was, was haben die Russen? Also, ich meine, mal gucken. Also, da bin ich fraglich. Ähm. Ich glaube, bei den Russen habe ich ein Komplett-Video gemacht. Shit. Da muss man bei, bei den, ähm, bei den Russen mal nachgucken. Ich glaube, bei den Russen ist irgendwas mit, ich glaube, auch irgendwas mit 500. Also, 403 ist eigentlich sehr viel. Ich, ich, ich bin nicht Handvoll Feuerling, aber ich glaube, das ist relativ viel. Also, hier kann man die Scharfschaltung ein bisschen runterschrauben. Schnell sind die Tops nicht, aber der Damage ist schon ganz okay. Also, wenn die beiden Tops treffen, es schwankt mir mit den Damage immer so 16, ähm, nicht 16.000, ähm, doch. Ja, doch, sehe ich ungefähr, klappt sich nur 16, 15.000, immer können wir eventuell drücken. Aber wie gesagt, der, der Schadenswert ist so, irgendwie ein Rieslinie, ist ja bei World of Tanks, ja, du hast also einen Schadenswert und so, und der Schadenswert so, äh, schwankt immer so mehr, mal weniger. Also, so, also maximale Damage kommt man meistens ja eh nicht. Kommt drauf an, wo man den Torpedo trifft immer. Deswegen, wenn du, wenn du, wenn du so gleich im Torpedo-Short reingeht, geht, geht die Schadenswert und die Hälfte reduziert, ja. Aber so kannst du, ist so ein ganz solider Flugzeugträger. Hier mit den, ähm, Attack, äh, Attack, Flugzeugen ist Fragezeichen, was das sind, AP oder HR-Raketen. Also, wie gesagt, wenn es hier Highway, beides hier stehen, also hier steht ja gar nichts dabei, was das sind. also der Schadenswert ist eigentlich sehr wenig, also, 5, äh, äh, 5 sind Angriff, aber nur 12 Raketen, okay, das ist auch wieder viel. Das heißt, jeder Flugzeug hat, äh, 6 auf beiden Seiten. Hm. Das ist eine ordentliche, Haufen Batzen Raketen. Also, zweimal anfliegen kann man, kann man, kann es starten. Ja, aber mach schon. Naja, eure Meinung zu hören, zwischen die äthetischen Flugzeugträger, wie ihr das hier, wie so mal, ihr die Werte findet. Wie gesagt, bei den Raketen, bin ich eher ratlos, was das sind, also, der Schadenswert ist sehr wenig, also, 1000 Schlag mich tot, ist sehr gering, ich, ist nur, es kann sein, oder, oder, oder auch, ähm, äh, High Racketen sind, also, wie gesagt, steht hier beides in der, wieso nicht dabei, glaube, das, da fehlt ihm hier ein bisschen. Naja, das war jetzt mal, der Abschied, äh, so mal, der Abschluss von den, äh, äthetischen Flugzeugträger, ich bin gespannt, wie das Ding implementiert wird, was für das Volkäden werden, das, sei es nur Wargaming, und wer es euch gefallen hat, gleich nach oben, und, äh, und schreibt euer Einen Kommentar, wie ihr so, die, so, die, die Schiffe so grob, erst mal so wie ihr findet, sagen, bis das nächste Mal, hot rein, und, äh, und bis, ja, auf Wiedersehen.